So, liebe Freunde, unsere Kanaltour, Nord-Ostsee-Kanal-Tour beginnt. Wir kommen von Brunsbüttel, fahren wir in Richtung Kiel, den Nord-Ostsee-Kanal hoch, mit jeder Fähre, also 14 Fähren sind es. Im Nachhinein haben wir 10 Stück geschafft, aber es war eine tolle Tour. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.